Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Nachtrag von unserem gestrigen Infovideo. Es geht nochmal um unseren Tag der offenen Tür. Und zwar hatte ich gestern in diesem Video erwähnt, dass nur Leute mit der PC-Version von Minecraft auf den Server können und eben die PE-Version und die Windows 10-Version nicht unterstützt werden. Jetzt gab es da einige Missverständnisse, wie wir herausgefunden haben in den Kommentaren. Und zwar gingen einige von euch davon aus, dass man, wenn man das Betriebssystem Windows 10 hat, nicht auf den Server kann. Aber das ist ein Missverständnis gewesen, denn es geht nicht darum, dass ihr nicht auf den Server könnt, wenn ihr Windows 10 als Betriebssystem habt, sondern es gibt eine spezielle Windows 10 Minecraft-Version. Die ist auf dem gleichen Stand wie die Minecraft PE-Version für die Android- und Apple-Systeme. Und deswegen funktioniert sie halt nicht mit der regulären PC-Version. Das heißt, wenn ihr die ganz normale Minecraft-Version 1.10.2 auf eurem PC habt, dann ist es völlig egal, ob ihr Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 benutzt. Damit könnt ihr auf jeden Fall auf Animalia joinen, wenn ihr denn eben das Modpack installiert habt und so weiter. Und eben nur nicht mit der Minecraft PE-Version und die spezielle Minecraft-Version für Windows 10. Das funktioniert nicht. Aber das Betriebssystem an sich ist egal. Also nur nochmal als kleiner Nachtrag. Ihr könnt also, wenn ihr die Minecraft-Version 1.10.2 habt und die Mods installiert habt aus unserem Modpack, könnt ihr auf dem Animalia-Server joinen. Ab heute Nachmittag. Und ja, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut! Ich tät' eigentlich, das ist eine besser fantbowaleựcste. Ich schreibe Wanna-Call Truck, ich Leute! Ich frete mich damit.